ja hallo und herzlich willkommen heute mal zu einem etwas anderen video genommen zu einem neuen video format auf meinen kleinen youtube kanal ich möchte lost places und geisterdörfer besuchen ich habe gedacht retro ist ja mein kanal und retro das bedeutet ja nicht nur jetzt computer konsolen spiele oder sowas das kann ja auch orte der vergangenheit bedeuten und da bieten sich los places und geister dafür ja eigentlich ganz gut an bei los places gilt ja die faustregel verrate keinem wo das objekt ist zum schuss von schutz vor vandalismus sehr gutes deutsch danke retro status bei dem dorf das ich heute besuche ist das allerdings nicht nötig weil dieses dorf großteil des dorfes sind bereits abgerissen wegen dem braunkohletagebau und es wird bald ganz von der langkarte verschwunden sein deswegen kann ich jetzt auch hier ruhig verraten wie es heißt ich war nach immerath ja mal sehen was von dem dorf noch übrig ist und ich sag mal viel spaß mit dem heute video los geht's ich bin jetzt in immerath angekommen ich muss sagen die letzten meter hier die waren schon richtig gruselig man spürt richtig dass hier kommt noch was los ist und begegnet also mir sind kaum autos entgegen gekommen ich meine das dorf ist noch nicht ganz leer es wohnt glaube ich noch knapp 60 menschen hier ja ich so jetzt meine stelle wo ich das auto parken kann und dann machen sie mal zu fuß auf dem weg durchs dorf so dann fangen wir mal an ich habe das auto irgendwo abgestellt ich hoffe ich bin es gleich noch wieder dann schauen wir uns mal ein bisschen hier um es ist wirklich ein geisterdorf also das ist verlassen und es ist wirklich traurig dass so viele dörfer hier der braunkohle weichen müssen auf dem weg hierhin bin ich an einigen braunkohlebaggern vorbeigekommen das ist wirklich es ist schon eine schande eins vorweg das sag ich euch sofort am anfang ich werde auf gar keinen fall in irgendwelche häuser einbrechen bei der erst ist das strafbar auch wenn die häuser verlassen sind und leer stehen ich werde nirgendwo einbrechen das ist strafbar und auch gefährlich ja guckt euch das machen was das für schöne häuser mal waren da drüben sieht man es richtig ich gehe mal näher ran ist seine schande und alles wegen dieser scheiß braunkohle das ist zum kotzen nicht da verschwinden teilweise jahrhunderte alte dörfer einfach von der landkarte hin und wieder fährt doch mal ein auto hier durch und ich bin auch schon anderen lost place fotografen begegnet wir kamen gerade zwei entgegen also ich bin nicht der einzige der von immerrat noch ein paar schöne aufnahmen machen will bevor das dorf verschwindet jetzt guckt euch dieses schöne haus an es ist wirklich unfassbar und ich treffe immer mehr lost place fotografen hier laufen wirklich eine menge rum also dieses geisterdorf ist wirklich es ist faszinierend und traurig traurig trifft wahrscheinlich am ehesten ist noch so ein großes haus das schauen wir uns auch mal aus der nähe an also wenn ich mir das bunte fensterglas angucke würde ich mal vermuten dass das vielleicht mal ein restaurant oder eine kneipe war ich glaube nicht dass das ein wohnhaus war dieses bunte glas das findet man ja meistens in restaurants wenn es irgendjemand dieses video sieht er sich ja auskennt und sagt hammer starst du redest da gerade scheiße das war ganz normales haus könnt ihr jetzt natürlich gerne die kommentare schreiben weil ich muss zu meiner schande gestehen dass ich früher nie immer hat gewesen bin ich habe erst durch die presse durch den kohle bauch von diesem dorf erfahren hinzu kommt dass ich nicht weiß welche häuser noch bewohnt sind und welche nicht ich muss aber aufwassen dass ich keine fremden menschen filme diese ganze straße schon abgerissen es ist noch nicht mal vier wochen her ist die kirche ich weiß noch nicht mal genau an welcher stelle die stand deswegen kann ich euch jetzt gar nicht die ruine zeigen was heißt ruine diese schon abgerissen aber was war hier früher keine ahnung aber es ist schon verdammt gruselig ja gruselig nein gruselig das falsche wort nein gruselig kann man nicht sagen es ist einfach traurig traurig zu sehen ja was aus diesem dorf geworden ist hier stehen noch autos hier wohnen noch menschen ich habe gesagt ganz verlassen ist es auch noch nicht traurig einfach deshalb ich hab's ja schon gesagt weil durch den kohlebau so viel zerstört wird was jahrhunderte alt ist dann geht ihr durch diese straßen die früher total belebt waren und spürt den wind der einem um die ohren peitscht und wieder kommt nach einem auto mit dem lost place fotografen vorbei aber das ist auch schon alles was man hier sieht das ist unglaublich einfach unglaublich leute dieses gefühl dass man hat wenn man durch so ein geister drauf geht ja das kann man mit worten nicht beschreiben das ist einfach das ist einfach unfassbar unbegreiflich ich komme mir so ein bisschen vor wie ein silent hill wenn gleich alarm sirenen losgehen und irgendwie asche von dem himmel fällt dann renne ich aber weg da könnt ihr mir glauben ach guck mal da wohnt auch noch jemand gut da filme ich jetzt nicht denn dieses haus ist eindeutig bewohnt das sieht man an der gardine den ganzen was da drin ist hier stehen auch autos hier wohnen auch noch menschen hier werde ich auch nicht filmen das gehört sich nicht faszinierend absolut faszinierend ich habe ja gesagt ich gehe nicht in gebäude rein aber wenn man so ein großes fenster sieht wo man rein filmen kann das ist natürlich was anderes das ist ja gar kein einrohr übrigens auch wenn es ein verlassenes dorf ist es wird übrigens bewacht hier wird ständig ein auto rum von der wach und schließ gesellschaft mit security leuten die aufpassen dass hier keiner unsinn macht und das finde ich auch gut ganz ehrlich das finde ich gut so weil im geisterdorf lockt natürlich auch leute an die nur quatsch im kopf haben muss man leider sagen deswegen finde ich das gute dass hier bewacht wird ihr leute wisst ihr bescheid auch in einem geisterdorf nicht länger als 30 fahren so die straße ist abgesperrt hier darf man gar nicht durch auch nicht zu fuß deswegen mache ich das auch nicht weil wer weiß wie gefährlich das jetzt hier ist an dieser ecke und ich bin allein unterwegs deswegen bin ich besonders vorsichtig dass ich mich nicht verletze aber ich wollte eigentlich noch ein bisschen leben ich weiß einige von euch werden mich jetzt fragen oder sich fragen wirklich das dann gar nicht in die gebäude einzugehen doch natürlich aber wie gesagt es ist gefährlich ich bin allein unterwegs wenn ich mich verletze habe ich ein riesen problem und es ist natürlich verboten man darf nicht im gebäude einbrechen auch nicht wenn sie leer stehen das geht nicht jetzt kommt hier ein ganzer straßenzug noch den ich mir auf jeden fall noch ansehen möchte mit euch ganz offensichtlich ein mehrfamilienhaus wachsamer nachbar da kann ja nichts mehr schief gehen aber leider muss auch der wachsame nachbar das dorf verlassen leider so eine weitere straße die komplett abgesperrt ist auch für fußgänger hier darf ich nicht durch und das wird sicherlich auch seine gründe haben ist mit sicherheit nicht ungefähr ich habe es gerade schon mal gesagt durch ein verlassenes dorf zu gehen es ist ein gefühl das kann man nur schwer in worte fassen es hat schon ein bisschen was von silent hill es ist faszinierend es ist traurig es ist ich will nicht sagen creepy aber ich weiß nicht wie es beschreiben soll ich kann es nicht sagen rein häuser eins wie das andere zumindest jetzt ich gehe mal davon aus als das jahres noch bewohnt war und belebt war hatte natürlich jedes haus seinen eigenen charme denn hier im haus haben andere menschen gewohnt und jeder mensch richtet sein haus ja individuell ein so ich glaube jetzt kommt ein bewohntes haus ich springe mal runter mit der kamera wenn wie gesagt bewohnte häuser werden nicht gefilmt dann haben wir auf der ecke noch ein unbewohntes so mehr gibt es hier auch nicht zu sehen dann gehen wir wieder zurück es gibt ja noch ein paar andere straßen das war ein tennisball und da in diesem halb abgerissenen haus sieht man die überreste ich weiß nicht ob es eine schaukel war oder ein klettergerüst auf jeden fall hat ja eine familie mit kindern gewohnt wie kann man ganze dörfer einfach platt machen bloß weil in der erde ein bisschen kohle vergraben ist ich weiß viele von euch werden das wahrscheinlich anders sehen viele werden mir vielleicht auch zustimmen ich weiß es nicht natürlich keiner von uns möchte gerne im winter dass die heizung nicht funktioniert keiner von uns möchte dass der strom ausfällt klar wir brauchen energie ich will sogar gar nicht im moralaposten spielen ich glaube das steht mir als letztem zu aber das kann es doch nicht wert sein ganze dörfer abzureißen die so alt sind die geschichten erzählen können vor allem den menschen vielleicht ihr ganzes leben lang verbracht haben überlegt mal wenn jemand jetzt vielleicht 80, 90 ist ja und sein ganzes leben hier verbracht hat und dann plötzlich umgesielt werden muss ich weiß nicht also da fehlt mir da fehlt mir echt das Verständnis für so Leute ich bin gerade von der security angesprochen worden dass ich jetzt gehen muss weil ab 17 Uhr das Dorf nicht mehr betreten werden jetzt ist 17 Uhr das ist der Friedhof den kann ich euch jetzt nicht mehr zeigen weil wie gesagt ich muss jetzt gehen die Grabsteine sind eh alle verlegt worden die Gräber hoffentlich auch das ist einer der wenigen Grabsteine hier die noch stehen ich gehe nur mal ganz kurz mit der Kamera drauf bevor die Security wieder kommt und mich nochmal anspricht das will ich nicht ich will keinen Ärger ich habe mir eine Blume mitgebracht die lege ich jetzt hier hin so gestorben 1902 das scheint mir eine angemessene Ort zu sein eine Blume abzulegen Ruhe und Frieden immer Rat ich gehe zurück zum Auto so ich bin jetzt wieder im Auto die Security kam gerade nochmal ich glaube der war schon ein bisschen böse auf mich dass ich immer noch da bin ich habe mich dann entschuldigt und bin natürlich sofort gefahren ja ja was kann ich abschließend sagen es ist ein Gefühl dass man ich habe es ja während des Videos schon gesagt nur schwer beschreiben kann so ich stelle mir wenn ich so durch diese verlassenen Straßen gegangen bin habe ich mir vorgestellt wie war das wohl als der Ort noch belebt war dass da Menschen gewohnt haben rumgefahren sind Kinder gespielt haben Autos gefahren sind und so weiter das ist schon komisch durch so ein Dorf zu gehen es ist faszinierend auf jeden Fall was ich noch erwähnen wollte ich habe in der Mitte des Videos ja gesagt da bin ich an so einem Gebäude vorbeigekommen wo ich gesagt habe das sieht aus wie ein Gasthaus oder wie ein Restaurant erinnert euch wie ich im Nachhinein festgestellt habe ist das Gebäude oder Teil des Gebäudes schon 1791 errichtet worden so 18. Jahrhundert stelle ich dir mal vor ich meine dieses Gebäude hat zwei Weltkriege überstanden und muss dann abgerissen werden wegen Kohle irgendwie bescheuert oder und dann bin ich hier mit der Kamera auf die andere Straßenseite geschwenkt ihr erinnert euch wo ich gesagt habe guck mal eine Baustelle in ein Loch ich weiß gar nicht was das hier ist da habe ich dann im Nachhinein erfahren dass da archäologische Ausgrabungen gemacht wurden ich bin froh dass ich hier gewesen bin ich werde sicherlich noch mehr Touren unternehmen es gibt noch viele Geisterdörfer und Lost Places die erkundet werden wollen wenn euch das Video gefallen hat würde ich mich gerne über den Daumen nach oben freuen und wenn ihr mal keine abonnieren würdet wäre das auch super das übliche Gequassel halt bettelt um Abonnenten bettelt um Likes was kein YouTuber machen sollte was aber irgendwie jeder macht und ich glaube ich habe das auch gerade gemacht naja ihr wisst schon ihr schreibt mir gerne in die Kommentare wenn ihr mehr davon sehen wollt könnt ihr es mir auch gerne schreiben falls euch irgendwas aufgefallen ist in dem Video was ihr erwähnen wollt oder falls ihr der Meinung seid dass ich irgendwie an irgendeiner Stelle in den Müll gelabert habe könnt ihr mir das auch gerne sagen konstruktive Kritik ist immer gern gesehen bis zum nächsten Video macht's gut ciao